Zielpersonen narzisstischen Missbrauchs beschreiben es oft so. Ich fühle mich ständig unsicher und wertlos. Der narzisstische Partner manipuliert und kritisiert mich ständig. Es ist, als würde ich über ein Minenfeld laufen, immer in Angst vor Wutausbrüchen und emotionaler Kälte. Ich zweifle an meinem Verstand, weil mir die Worte im Mund rumgedreht werden und ich für alles verantwortlich gemacht werde, was geschieht. Ich fühle mich gefangen und habe Angst, die Beziehung zu beenden. Es könnte ja stimmen, was mir so oft gesagt wurde. Ich bin das Problem. Carsten Luback, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Narzisstischer Missbrauch ist durch Lügen und Betrügen gekennzeichnet. Es dient Narzissten dazu, ihr eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen und gleichzeitig Kontrolle über die Zielperson zu erlangen. Anfangs kann es in Form von Lob und geheuchelter Liebe geschehen, später in Form von beißender Kritik und zahlreichen Manipulationstechniken. Sicherheitshalber Achtung! Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnose pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge meist Fieslinge. Für die Verständlichkeit vereinfache ich an einigen Stellen und erstelle dann eigene Beiträge, die tiefer in interessante Aspekte eintauchen. Missbräuchliche Narzissten Um aus ihren Zielpersonen Opfer zu machen und diese zu quälen, setzen Narzissten vielfältige und wirksame Mittel ein. Die Betroffenen bemerken das oft nicht oder verkennen die Anzeichen, dass sie sich in einer toxischen Beziehung befinden. Aus meiner eigenen Erfahrung und aus den Erzählungen meiner Klienten weiß ich, woran sich missbräuchliche Narzissten erkennen lassen. Missbräuchliche Narzissten greifen ihre Partner in drei Phasen an. Zuerst bauen sie für Partner mit Lovebombing, Lügen und falschen Geschichten ein Trugbild auf. Dann üben sie durch Kritik, Schweigen und Wechselbäderkontrolle aus. Schließlich verstricken sie Partner mit Gaslighting, selektiver Amnesie, Triangulation und offener Verachtung. Einer der heimtürkischsten Tricks, die Narzisstenbeziehungen anwenden, besteht darin, die Zielpersonen davon zu überzeugen, dass sie die Verrückten sind. Das macht es aus der Position von Zielpersonen schwierig zu erkennen, ob das Leibte wahr ist oder nicht. Hinweise auf missbräuchliche Narzissten. Im Folgenden werde ich die Anzeichen für missbräuchliche Narzissten näher beschreiben. 1. Lovebombing Sehr häufig locken Narzissten ihre Zielpersonen zu Beginn einer Beziehung mit extrem übertriebenen Liebes- und Zuneigungsbegründen. Dies kann in folgender Form geschehen. Durch unerwartete Geschenke, unaufhörliches Lob, prahlen mit den eigenen guten Eigenschaften, Zielpersonen auf eine Art Podest stellen. Solch ein Verhalten mag auf den ersten Blick wunderbar erscheinen. Es ist jedoch der Beginn eines langfristigen Missbrauchs. Indem sie uns erhöhen, versuchen missbräuchliche Narzissten zunächst eine Abhängigkeit aufzubauen. Wenn wir uns an überschwänglich Komplimente gewöhnt haben, tut es weh, wenn sie uns wieder entzogen werden. Komplimente dienen als Köder. Sie sollen uns an Narzissten binden, damit diese Bindung später gegen uns verwendet werden kann. Schließlich dient Love-Bombing auch dazu, das Ego- und das Selbstwertgefühl von Narzissten zu stärken. Und das falsche Narrativ, das diese aufbauen, wie großartig wir aus deren Sicht sind, lässt diese vermeintlichen Göttergeschenke in deren eigenen Einschätzungen umso größer erscheinen, weil sie unsere Partner oder Geliebte sind. Zweitens, verletzende Kritik. Wenn sich die Beziehung entwickelt und eine Bindung geformt hat, beginnen missbräuchliche Narzissten damit, das Zuckerbrot wegzulegen und die Peitsche herauszuholen. Sie verwenden harsche Methoden, um ihre Dominanz über Partner auszubauen. Das erste Anzeichen für diese Veränderung ist in der Regel eine Zunahme von Beschimpfung und direkter Kritik. Dieses Verhalten steht in krassem Gegensatz zur vorherigen übertrieben liebevollen Verhaltensweise. Damit ist die erste Phase des Lovebombings dann abgeschlossen. Missbräuchliche Narzissten sind oft Experten darin, sich verletzende Bemerkungen auszudenken, die als beiläufige Bemerkung oder sogar als zweideutiges Lob getan sind. Wenn wir anderen Menschen wörtlich erzählen, was uns gesagt wurde, werden sie es wahrscheinlich gar nicht als Kritik empfinden. Wenn diese Art von versteckter Kritik jedoch ständig auftritt, ist dies ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass es sich um einen missbräuchlichen Narzissten handelt. Drittens, pathologisches Lügen Missbräuchliche Narzissten sagen zum Schutz und zur Verstärkung ihres eigenen, gut versteckten Minderwertigkeitsgefühls alles, was ihnen irgendwie in den Sinn kommt. Die Lügen sind nicht immer gut geplant und aus Gewohnheit lügen Narzissten oft über die lächerlichsten und unbedeutendsten Dinge. Ihr Lügen ist impulsiv. Bei genauerem Hinsehen ist es relativ einfach, diese dummen Lügen zu erkennen. Doch die meisten Betroffenen ignorieren sie, selbst wenn sie sie sehen könnten. Viertens, falsche oder irreführende Geschichten Narzissten leben in einer selbstgeschaffenen Fantasiewelt. Sie entwerfen gezielt eine Lebensgeschichte, die sie zum Helden und viele andere zu Bösewichten macht. Dann spielen sie die verinnerlichten Lügen nach, von denen sie nicht mehr wissen, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Zu Beginn einer Beziehung entwerfen Narzissten eine umfassende Geschichte, die sie liebenswert und bewundernswert erscheinen lässt. Einige Anzeichen für dieses Verhalten sind Geschichten über frühere Beziehungen, in denen die Partner als missbräuchlich dargestellt werden und in denen erzählt wird, wie schlecht sie von diesen behandelt wurden. Sie zögern, Freunden oder Familie mit uns bekannt zu machen und die Vorgeschichte scheint irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Teile ihrer Vergangenheit scheinen sich mit der Zeit zu verändern oder werden später vergessen. Klar, es ist mühsam, das Lügengebäude kohärent zu halten und es gelingt nicht immer. Wer aufmerksam ist, findet zahlreiche Unstimmigkeiten. Während es für Menschen durchaus normal sein kann, zu Beginn einer Beziehung die eigene Lebensgeschichte etwas zu beschönigen oder überzubetonen, treiben Narzissten dies auf die Spitze. Ihnen ist nichts zu absurd, solange sie damit langfristig Macht über ihre Zielperson entwickeln können. Wer die wahre Vergangenheit von missbräuchlichen Narzissten erforscht, wird schnell feststellen, nichts wirklich Verlässliches über diese Person zu wissen. Das Kartenhaus ist wackelig. 5. Die Schweigebahn Eine weitere, sehr häufige Form der Kontrolle, die missbräuchliche Narzissten häufig einsetzen, ist die klassische Schweigebahn. Silent Treatment Dies kann von einer vollständigen und totalen Blockade, jegliche Kommunikation unterbunden, bis hin zu einem gefühllosen und distanzierten Verhalten reichen, wenn Narzissten in der Nähe sind. Es kann sein, dass sie eine Show daraus machen, Zeit mit anderen zu verbringen und alles tun, um uns zu zeigen, dass sie uns nicht brauchen. Sprechen wir sie direkt auf ihre Taktik der kalten Schulter an, werden sie in der Regel abwiegeln und sagen, dass wir sie falsch einschätzen, dass sie einfach müde sind und so weiter. Letztendlich werden sie versuchen, ihr Verhalten als Zeichen unseres Versagens zu interpretieren oder eine Rechtfertigung für ihr Verhalten zu finden. Wechselbad Eines der wirksamsten Mittel, mit denen missbräuchliche Narzissten die Kontrolle über ihre Partner erlangen, ist der schnelle Wechsel zwischen Anbetung und kalter Schulde. Das funktioniert vor allem deshalb, weil diese Stimmungswechsel scheinbar ohne Sinn und Verstand ablaufen. Das zwingt uns, um auf ihren emotionalen Zustand zu reagieren und ständig wie auf einem Minenfeld um sie herumzulaufen. Es kann sogar sein, dass sie ihre Stimmungsschwankungen so koordinieren, dass sie uns niedermachen, wenn wir uns gerade in einem emotionalen Hoch befinden und uns gerade wieder aufrichten, wenn sie mal wieder zur Wahrheit gegangen sind. Wird diese Taktik fortgesetzt, können die Betroffenen nicht anders, als sich von den Illusionen und der falschen Wirklichkeitskonstruktion der Narzissten anstecken zu lassen, was sie noch mehr unter deren Kontrolle bringt. Siebtens Gaslighting Der Begriff Gaslighting wird heutzutage immer häufiger verwendet und bedeutet, dass eine missbräuchliche Person versucht, die Zielperson zu kontrollieren, indem sie ihre geistige Gesundheit infrage stellt. Wenn das Verhalten des Missbrauchers zur Sprache kommt, hat er keine Ahnung, wovon die Rede ist. Er vertritt Tatsachen und erfindet alternative Versionen von Ereignissen, um unsere Interpretation der Realität infrage zu stellen. Wir sind verwirrt. Missbräuchliche Narzissten gehen oft so weit, dass sie Tritte hinzuziehen, um ihre Position zu untermauern. Oder sie fälschen handfeste Beweise, um unsere Wahrnehmung der Ereignisse zu widerlegen. 8. Selektive Amnesie Ähnlich wie bei Gaslighting ist die selektive Amnesie, die ein Narzisst in Bezug auf sein eigenes Verhalten entwickelt, ein ziemlich deutliches Anzeichen für einen missbräuchlichen Narzissen. Ereignisse, an die wir uns deutlich erinnern, scheinen diesen Menschen völlig zu entgehen, sodass sie in deren eigenen Vorstellungen von ihrem Fehlverhalten freigesprochen werden. Es ist ein natürlicher psychologischer Prozess, dass wir Menschen dazu neigen, schlechte Erfahrungen zu verdrängen und Fakten zu vergessen, die unseren bestehenden Glaubenssystemen widersprechen. Narzissen können Ereignisse angeblich vergessen, die nur einige Minuten, Stunden, Tage zurücklegen, was ihren Gedächtnisverlust ad absurdum führt. 9. Verleumdungskampagne Narzissen wollen möglichst viele Menschen an ihrem Größenwahn teilhaben lassen. Sie verbreiten Geschichten und Lügen über uns, um uns zu kontrollieren und die Geschichte zu beherrschen. Normalerweise nehmen diese Geschichten eine von zwei allgemeinen Formen. 1. Narzissen sind gute, tugendhafte Menschen, die nur versuchen, ihren Partnern zu helfen, die undankbar und böse sind. 2. Narzissen sind unschuldige Opfer von Grenzüberschreitung und angeblich missbräuchlichem Verhalten ihrer Partner. Alles, was Narzissen tun können, um zu verbergen, was wirklich vor sich geht, wird aktiv gegen uns eingesetzt. Wenn Narzissen beginnen, Menschen gegen uns aufzubringen, schaffen sie Situationen, in denen diese in unser Leben treten, entweder um uns mit noch mehr Menschen zu konfrontieren, die auf ihrer Seite sind, oder um uns davon zu überzeugen, dass wir tatsächlich die Schuldigen sind. 10. Fremdgehen Ein sehr häufiges Verhalten von missbräuchlichen Narzissen ist es, mehrere Beziehungen gleichzeitig zu führen. Das gibt ihnen zusätzliche Macht über beide Betrorenen, weil sie wissen, dass sie jederzeit eine der Beziehungen beenden können und immer noch die andere als Ausweichmöglichkeit haben. In der allerletzten Phase einer Beziehung, wenn missbräuchliche Narzissen bereit sind, sich ihrer Beute zu entledigen, nutzen sie ihre zweite Beziehung als Mittel für einen letzten Angriff. Oft beenden sie die Beziehung zu einer ihrer Zielperson plötzlich und völlig ohne Erklärung. Gleichzeitig verbreiten sie in der Regel eine Geschichte darüber, wie sie selbst in der Beziehung missbraucht wurden und wie schlecht ihr Partner wirklich war. Um Salz in die Wunde zu streuen, verbreiten sie möglicherweise auch ihre alternative Beziehung zu dem Partner, von dem sie sich gerade getrennt haben. Wenn sich diese Beziehung in frühen Aufbauphasen des narzisstischen Missbrauchs befindet, werden Zielpersonen grundlose Lobpreisungen und das auf den Sockelstellen des neuen Partners erleben, was die ganze Sache noch unerträglicher macht. Fazit Der wichtigste Schritt im Umgang mit narzisstischem Missbrauch besteht darin, sich Hilfe von jemandem zu holen, der in der Lage ist, dabei zu unterstützen, die Täuschung zu durchschauen. Es gilt, missbräuchliches Verhalten zu erkennen und angemessene Grenzen zu setzen. Wenn wir verstehen, weshalb sich Narzissten so verhalten, wie sie sich verhalten, dann können wir bessere Entscheidungen treffen. Gibt es Erfahrungen, Narzissten, mit ihrem Missbrauch, Tipps und andere respektvolle Kommentare? Was funktioniert und was bisher nicht? Tauschen wir uns aus, unterstützen wir uns, machen wir uns Mut. Carsten Rohr, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Vielen Dank.